Verenig Plattko, auch Verenig Patko, Franz Plattko und Francisco Plattko war ein ungarischer Fußballtourmann und Fußballtrainer. Der als Spieler mit dem MTK ungarischer Meister und dem FC Barcelona spanischer Meister wurde und im Laufe seiner Karriere in über einem Dutzend Ländern tätig war. Vereinskarriere. Plattko machte seine ersten fußballerischen Erfahrungen beim Budapester BTK, von wo er 1911 zum Globus TC wechselte. Ehe er sich 1914 dem Verein der Eisen- und Metallarbeiter Vazas anschloss. Im Jahr 1916 wurde die kriegsbedingt ausgesetzte Fußballmeisterschaft in Ungarn wieder aufgenommen und Vazas setzte sich in einem Aufstiegsduell gegen den letzten der zuletzt beendeten Meisterschaft KAOI mit 5 zu 0 durch und spielte damit erstmals in der höchsten Spielklasse. Dort konnte Vazas sich mit seinem jungen Tormann auf Anhieb behaupten und am Saisonende den sechsten Platz belegen. Noch überzeugender war allerdings Plattko selbst, der am Saisonende zum ungarischen Spieler des Jahres gewählt wurde. In den beiden folgenden Saisonen konnten sich die Rot-Blauen noch weiter verbessern und als Tabellenvierte abschließen. Dem Tormann wurden akrobatische Fähigkeiten und großer Mut nachgesagt. Im Herbst 1919 emigrierte eine Reihe von ungarischen Fußballern nach Wien, nicht zuletzt um den Nachkriegswehren in Budapest zu entgehen. Auch Plattko nahm ein Angebot des Wiener AF an, wo er gemeinsam mit seinen Landsleuten Josef Ging und Peter Szabo spielte. Da die ungarischen Spieler jedoch über keine Freigaben ihrer Vereine verfügten, erwirkte der ungarische Verband mit Jahresende eine Sperre. Im Gegensatz zu einigen seiner Landsleute, die auf die schließlich im Frühjahr einlangenden Freigaben warteten, kehrte Plattko nach Budapest zurück, wo er wieder für Wasser spielte. Im Sommer 1920 stellte ein deutscher Geschäftsmann ein ungarisches Profiteam zusammen, das gegen eine deutsche Berufsspielermannschaft antreten und auf eine einjährige Deutschland- und Europa-Tournee gehen sollte. Plattko schloss sich diesem Unternehmen an, gemeinsam mit einigen anderen Nationalspielern wie Güler Feldmann, Mihaly Pataki, Josef Ging, Sandor Nemes und Josef Viola. Die Tournee musste nach wenigen Wochen Mangels Erfolg abgebrochen werden. Die Spieler klagten ihre ausstehenden Gehälter ein und kehrten nach Ungarn bzw. Österreich zurück, wo sie sich vor den jeweiligen Verbänden zu verantworten hatten. Plattko hingegen erhielt ein Angebot des englischen Vereins FC Middlesbrough und reiste nach England ab. In Yorkshire konnte der Tormann jedoch kein einziges Pflichtspiel bestreiten, da ihm die Arbeitserlaubnis von den Behörden versagt wurde. Der Spieler kehrte daher 1921 nach Ungarn zurück, wo er allerdings aufgrund der Berufsspieler-Episode gesperrt war und arbeitete zunächst in einer Bank, deren Firmenmannschaft er auch betreute. Danach war er beim AFK Kula als Spielertrainer sowie kurzzeitig bei Sparta Prag tätig. Eher er 1922 wieder nach Budapest kam und vom MTK engagiert wurde. Mit der Mannschaft rund um die Jörg-Jörd, Josef Braun und Gülermann, die konnte er seinen ersten Meistertitel feiern. Im Dezember 1922 unternahm der MTK eine Spanien-Tournee und spielte dabei auch zweimal gegen den FC Barcelona. Platko ließ in beiden Spielen keinen Gegentreffer zu und beeindruckte dabei die Verantwortlichen des Kastgebers, die auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Lokalrivalen Espanol abgewanderten Ricardo Zamora waren. Der Tormann nahm das Angebot der Katalanen an und übersiedelte nach Barcelona. Nach den damals in Spanien geltenden Bestimmungen durfte ein Spieler nur dann an Spielen von offiziellen Wettbewerben teilnehmen. Wenn er mindestens 18 Monate in Spanien gelebt hatte. Platko bestritt daher in seinen ersten anderthalb Jahren beim Verein ausschließlich Freundschaftsspiele und lief erst im Oktober 1924 erstmals in einem Spiel der katalanischen Meisterschaft auf. Mit einer Mannschaft, in der unter anderem auch Josep Amitir und Paulino Alcantara spielten, dominierte der FC Barcelona die katalanische Liga und holte in den folgenden sechs Jahren fünfmal den Titel. Da es Mitte der 1920er Jahre noch keine nationale spanische Liga gab, war die Copa del Rey der bedeutendste Landesbewerb. Dreimal konnte Platkoßmannschaft diesen Pokal während seiner Zeit beim Verein erringen. Dabei bestritt er sowohl ein 1925-DK-Sekundenfinale beim 2 zu 0 gegen den Arenas Club de Getexo als auch 1926 beim 3 zu 2 gegen Atletico Madrid. 1928 zog er sich im ersten Finalspiel gegen Real Sociedad beim Verhindern eines sicheren Gegentores eine schwere Kopfwunde zu, die inzwischen zeitlich aus dem Spiel nahm und mit sechs Stichen genäht werden musste. Dass er nach der Behandlung mit stark bandagiertem Kopf wieder ins Tor zurückkehrte, beeindruckte den anwesenden Dichter Rafael Alberti derart, dass er dem Torhüter das Gedicht oder Aplatko widmete. Barcelona sollte den Cup schließlich im zweiten Wiederholungsspiel gewinnen. 1928-29 wurde erstmals eine gesamtspanische Meisterschaft ausgetragen und der FC Barcelona konnte sich am Ende mit zwei Punkten Vorsprung vor Real. Madrid durchsetzen In der folgenden Saison musste sich Barca Athletic Bilbao geschlagen geben und wurde Wiesemeister. Danach verließ Platko den Verein und war 1930 noch kurzfristig für den drittklassigen Racing Club Madrid und Ripansia Temeshoara in Rumänien aktiv. Nationalteam Sein Debüt für die ungarische Nationalmannschaft gab Platko im Alter von 18 Jahren, als er bei einem 4 zu 1 Sieg gegen Österreich im Juli 1917 zwischen den Torstengen stand und damit der erste Nationalspieler von Vazas wurde. Zwei weitere Spiele gegen denselben Gegner folgten noch im selben Jahr, Ehe sich der erfahrene Karoli ZSAK wieder den Stammposten im ungarischen Tor zurückerobern konnte. Aufgrund seiner Auslandsaufenthalte kam Platko nur mehr selten zum Einsatz, zum sechsten und letzten Mal im März 1923 gegen die Schweiz. Trainerkarriere 1931 begann Platko seine Trainerkarriere als Spielertrainer bei Recreativo Hülva. Ehe er 1932 nochmals als Spieler tätig wurde und das Tor des FC Basel hütete. Im selben Jahr löste er Ferdinand Svetosch auf der Trainerbank des französischen Erstligisten FC Mülus ab und lief für den Verein auch als Tormann auf. Die Elsässer mussten allerdings am Saisonende als Tabellenletzte ihrer Gruppe absteigen. In der folgenden Saison war er in selber Funktion beim Zweitligisten FC Robay stetig, wo jedoch der Aufstieg nicht gelang. 1934 kehrte Platko zu seinem langjährigen Klub aus Barcelona zurück und übernahm dort den Trainerpusten. Zwar konnte wieder die katalanische Meisterschaft gewonnen werden. In der spanischen Meisterschaft reichte es allerdings nur zu einem enttäuschenden sechsten Platz und der Ungar musste den Verein wieder verlassen. Es folgte eine kurzzeitige Tätigkeit bei Academico de Porto. Ehe der Trainer in die Vereinigten Staaten reiste und das US-amerikanische Olympiateam auf die Spiele in Berlin vorbereitete, wo man in der ersten Runde knapp am späteren Olympiasieger Italien scheiterte. Im selben Jahr blieb auch sein zweiter Versuch in England zu arbeiten erfolglos. Trotz einer Einladung des FC Arsenal erhielt er auch diesmal keine Arbeitsbewilligung. Im Sommer 1936 übernahm er den rumänischen Verein Venus Bukarest, den er 1937 zum Meistertitel führte, ehe er ein Angebot von Dacia Vasile Alexandri Galati aus der Divizia B. annahm. Im Anschluss betreute Platko den galizischen Verein Celta Vigo, als aufgrund des spanischen Bürgerkrieges nur regionale Bewerbe ausgetragen wurden. 1938 trainierte er den polnischen Verein KS Kratsovia. Danach nahm er sein erstes Engagement in Südamerika an und gewann mit dem chienischen Verein CSD Kolokolo 1939 den Meistertitel. Nach einem Jahr als technischer Direktor und Jugendbetreuer beim Zirka River Plate in Argentinien, kehrte er nach Santiago zurück und führte Kolokolo zum zweiten Mal, dieses Mal mit einer ungeschlagenen Mannschaft zur chienischen Meisterschaft. Gleichzeitig übernahm er 1941 parallel auch den Posten des chienischen Nationaltrainers, den er im Laufe seiner Karriere noch drei weitere Male bekleiden sollte. Bei dem Campeonato Sudamericano 1942 belegten die Chilenen allerdings nur den vorletzten Platz. Nachdem er River Plate in der Saison 1943-44 trainiert hatte, war er 1945 wieder mit den Chilenen bei dem Campeonato Sudamericano dabei. Diesmal konnte im eigenen Land der dritte Platz erreicht werden. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte Platco nach Europa zurück und wurde Trainer beim zweitklassigen Real Valladolid. Aber schon nach einer Saison ging er zurück nach Chile und betreute zwei Saisonen lang Kolokolo mit einem weiteren Meistertitel und danach ein, ja, den CD Santiago Morning. In den nächsten Jahren war er zweimal Trainer von circa Boca Juniors. Ein weiteres Mal technischer Direktor bei River Plate und holte mit Kolokolo 1953 seinen vierten Titel. Bei Kolokolo verblieb er in seiner letzten Amtszeit bis 1955 und kehrte anschließend nach Europa zurück. Verschiedentlich werden auch weitere Vereine in Chile genannt, die er gekocht haben soll. In der Saison 1955-56 übernahm er noch einmal das Traineramt beim FC Barcelona und belegte mit der Mannschaft um Antoni Ramalic und Laszlo Kubala. Den zweiten Platz in der Meisterschaft. Einen Punkt hinter Athletic Bilbao. In seiner Amtszeit beim Verein fiel auch die erste Phase des Messestädtepokals 1955 bis 1958, den die Katalanen schließlich für sich entscheiden konnten. Nach Ende seiner Trainerlaufbahn war Platco noch viele Jahre als Talentesucher in Südamerika tätig. Erfolge. Als Spieler eins Mal ungarischer Meister, eins Mal spanischer Meister, fünf Mal katalanischer Meister, dreimal spanischer Kapsieger. Sechs Spiele für die ungarische Fußballnationalmannschaft 1917 bis 1923. Als Trainer Copa America, eins Mal Messestädte Cup, eins Mal katalanischer Meister, eins Mal rumänischer Meister, vier Mal chilenischer Meister.